Gucke Korki, hier rennt man. So, ich renne um die rum rum. Jetzt ist bei mir auch der Ausdauer weg. Hallo Menschen und herzlich willkommen, euer Senseless Survivor wieder hier. Und heute geht es wieder auf Customs mit Benji und Korki. Wir mussten in die Durms, dann zurück ins Big Red. Und dann blieb Benji leider auf der Strecke. Dreimal könnt ihr raten, wer dafür verantwortlich ist. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Lasst mir gerne ein Abo oder ein Like da, wenn ihr mögt. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss ihr euer Senseless. Oh geil, los. Los, schnell. Ist zwar nicht Big Red, aber dann gehen wir nachher nochmal rein. Gleich gehen wir von vorne rein, das ist nämlich der erste Raum gleich. Okay. Über die Metallleiter, weißt du? Ja. Du läufst vor, ich lauf hinterher, ich hab noch meine Musik an. Braue ich mir jetzt gar nicht anzumachen. Mann, Knölle, Wahnsinn. Schön. Aber wir sind keine Zeit, dass wir nicht die Ersten sind, oder? Doch, eigentlich mussten wir die Ersten sein. Du kannst es auch direkt auf dem Parkplatz spawnen bei Dormst. Was? Was? Ja. Das habe ich auch noch nie erlebt. Ich bleibe draußen im Busch. So, bin drin. Ja. Danke, Matzer. Inein mit dir. Inein mit dir. Wieder raus zur Gurgi. Klapp's da. Okay. Und weg dir. Das tut ja nicht. Na dann rennen wir wieder zurück und gehen noch ins Big Red, zur Gurgi. Genau. Und da hinten ist ja dann auch das Ding, wo ich das verstecken muss. Gurgi kommst du? Ja, ja ich komme. Ich muss ja in den Trailerpark, das ist ja alles auf dem Weg. Ja. Ja. Und ich brauche auch noch Scaps. Ja, gut. Du willst ja tausend fliegen mit einer Klappe schlagen, aber. Ja, ja. Ich meine, wenn du einmal drinnen bist, kannst du doch so viel mitnehmen. Naja, ich würde dann aber raus. Nee, wenn ihr ihn seht ja nicht, der. Ja, ja, ja. Und wir müssen glaube ich ja eh in die andere Richtung gehen. Ich glaube jetzt zum Exit nochmal. Aber die Server sind recht leer, habe ich das Gefühl, seit Tagen. Oh. Ja, ja, ja. Und wir müssen glaube ich ja eh in die andere Richtung gehen. Oh. Hier ist bei mir dieses Gap. Im blauen Container. Okay. Alter, das war Klapp. Alter, das war Klapp. Ich bin im blauen Container, 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 dann ist hier ein Spieler gerade gelaufen, wo? Na ich bin ja unten, ich hab doch die Schiesse ab, der ist nicht mitgekriegt, ich schieße mich da mit dem PMC, ne, wir sind noch oben an der Straße, wir sind an der Straße und wir haben den F, alter, der lief doch da hinten an der Wand, Okay, ich komme jetzt, ich laufe jetzt runter Richtung Boot, komm mit, ja, so, wo bist du, Matze, schon drüben, oder was? Ne, ich hänge hier noch auf der anderen Seite, ihr seid in den Container hochgelaufen, ich hänge da unten, da ist doch so ein Stein vor dem Container noch, um den habe ich mich drum herum gejagt mit dem, da hat mich ordentlich, da hat mir die Beine weggeschossen, den muss ich erstmal kurz flicken Du bist noch oben, du bist noch gar nicht über die Straße Ich dachte, du bist schon runter Nein Ich stehe neben euch und schieße, kriegt ihr das nicht mit? Ich sag, da ist ein Spieler Kommt ihr zurück, kommt ihr zurück? Ja, wir waren zurück Ach da, der Stein Hey, du warst aber viel weiter vorne vorhin Oh, was hat denn der schon genutzt? Hast du schon gelootet? Level 4er? Ach, Saga mit Scope Ich nehme nur die Marker Den Helm Ja, da wird nichts haben, nur dann auf geht's Boah, vor allem Du warst vor mir, Matze, ne? Auf einmal taucht hier an den blauen Container und Scaff auf Achso Und kurz darauf sagst du dann nach dem Schießen Ja, ich bin schon unten und bettel mich damit Und wir dachten, du bist hier über die Straße unten Richtung Boot Wir dachten ja, ich dachte, du bist Busch gerannt Ich habe doch angesagt, Spieler, rechts an der Wand Das habe ich nicht gehört, ich habe nicht gehört Ich war ausgerechnet, weil der Gev 7 Schuss Magnum Bugshot abgehalten hat Okay Ja, aber mit Level 5 Armor Oh, das ist offen Das war auch schlecht Das ist Quorms und das andere war hier Construction drüben Geht uns beides nichts mehr an Ah, der Klassiker, Austausch Da schnief der Zieht ab, lasst ihn Gucke Gorgi, hier rennt man So, ich renne um dich drumherum Achso, machst du das? Jetzt ist bei mir auch der Ausdauer weg Ich wollte gerade um dich drumherum ärgern Durch Z oder gehen wir durch die Tür? Durch Z ist mir lieber, oder? Einfach rein, würde ich sagen Da habe ich meine Tastatur nicht belegt Hast du deine Tastatur nicht belegt? Wie läuft es denn, oder? Telekinese, oder? Ah, dann halt das Maul Beta-Teste von Neura-Link Ich bewege mich mit, ja wie du schon sagst, mit Gedankenkraft Ne, ich meine hier meine Slots Die Slots? Meine Slots Schnell, Schnellbelegung Ich habe wieder keine Ausdauer Also ich muss das mal spielen, bevor ich reindrehen kann Aber der Zeit Können ja schon oben aufmachen Ja, Teppich ausrollen Den roten Ich laufe Richtung lange Seite, Benji Gehe Richtung die kurzen Zangmanöver, weißt du? Lass das Zangmanöver Ne, dann komme ich lieber mit zur kurzen Dann guckst du rechts, ich links Oder Du hast die Lampe, das ist gut Ich renne Oh, jetzt ist meine Kluge wieder aufgebrochen Geh hoch Tür ist Tür ist auf schon Oh, oh Alla, warte mal Tür ist auf Ja, rein damit Oh, die Lampe, Alter Die ist so stark Wenn die reflektiert Hat die Job gemacht, ja? Ich weiß es nicht Bin vorbeigerand, hab nichts gesehen Oben ist keiner hinten Alles blutet Naja, ihr braucht ja bloß das Zeug abholen Brauchst du auch die Grafikkarte hier? Ne, ne, alles ist gut Muss da gar nichts rein Goki brauchst du noch Iskra Lunchbox? Ne, da kann ich mich Da kann ich einen Job aufmachen Okay Ich brauche einfach mal die scheiß Quest Dass ich die Kacke im Bunker abgeben kann Ja Bist du fertig? Ja, ich bin durch Dann müsste ich jetzt rüber zu Trailer Park Also hier rechts raus Ja, 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 ja Matzo, wo bist du? Ich bin hier hinten an dem Duffeldeck Hinten am Ende in der Halle Okay, okay Was darf, wenn du fertig bist? Ich generiere da meine Ausdauer Was wiegt denn die scheiß Weste? Neun Kilo halt Ah Aber das ist gut Die brauche ich auch für die Die Trex-Quest dann noch auf Interchange Für die die scheiß platzieren muss Die? Der Scaf hier draußen war Nicht von ihm getötet Er war tot Ja, okay Mann Zeig was im Auge hier Trailer Park muss jetzt Die goldene Zippo dort ablegen Genau Das ist mein nächstes Ziel Bist du schon hin unterwegs? Ne Ne Wir sind hier Also ich bin jetzt raus Also ich bin jetzt raus Ja, da geh schon mal Ja, geh schon mal hin Ja, geh schon mal hin Ich will noch kurz Magazine-Fall machen wieder Alles klar Das Das sagt er nur Mittlerweile looted der hier Naja Ich hab Angst Ich hab Angst rauszukommen Ich wollte euch erstmal vorlaufen lassen Ja, das Oder so Hm Gelootet hab ich schon Da ist ja nicht so viel Ach du, okay Na dann Dann ist es die Angst Ja Ich geh nochmal hier Ich geh mal in das blaue Büro hin Ach, diese 30 Sekunden immer 30 Sekunden deines Lebens, die du nie wieder kriegst, Banshee Mhm Da bin ich ja schon froh, dass sie das bei Factory ein bisschen reduziert haben Ja, ein bisschen, ganz schön eigentlich Stimmt, ne? Hier die, 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 die Control Boards kaputt ganz machen, ne? Ja, ja Das ist mir auch aufgefallen, ich dachte Achso, ne die nicht Das abgeben Die nicht? Ne, die Control Boards nicht Ach oben, du meinst, du meinst oben ist Station in dieser, in diesem kleinen Puff? Ja, ja, 10 Sekunden Das sind bloß auf 10, statt 30, ne? Mhm Mhm Aber das Control Boards, war das nicht auch mal länger? Also mir kam es ziemlich kurz vor, aber wahrscheinlich weil kein Stress war Also es, mhm Es waren 30 Sekunden bei mir, glaub ich Okay So, was, was sind eigentlich unsere, unsere Exits? Haben wir hier Trailer Park? Nee, haben wir nicht Ich denk ich nicht Ah, okay Dorms ist auch schon weg, sonst hätten wir wegfahren können Ach, Messel, hier hab ich nicht dabei ZP11, oder Old Guest? Ja, geh mal wo Old Guest Ja Matze? Ja komm, komm Komm Eddie, grüß dich Ich hab so, zwischen 60 und 70 FPS Aber, das liegt an meiner Kaffeekarte, ich hab ja bloß nur 80 Äh, eine 1080, nicht mal eine TI, sondern nur eine 1080 Ah, deine Armut kotzt mich an Ja, mich auch Aus dem Weg, gering verdiener Aber, ich bin froh, dass ich die Garte noch hab Ich möchte ihn gleich abknallen am liebsten Ja Auf dem Dach ist der Scaff, hat jemand was mit Scoop? Ach Scoop, Alter Ich hab Macken und Backshot Ich sehe meinen Rotpunkt nicht mehr Alter Ja, jetzt hast du Super Okay Ja, Mann, Mann Wird er für drei Leute angeschossen und dreht sich Seelenruhe um Was macht die da? Na zum Glück, Alter, es hätte auch schlimm für uns ausgehen können, dass er zurückschießt Ja, wenn er zu groß hat Auf jeden Fall Manchmal trifft er gut Der Hund Boah, die ist langsam gelaufen in den Bischen Ach so, meinst du Meinst du First Person Shooter oder Frames per Second? Ah, und was Das Das ist jetzt die Frage, ja Gut Naja, im Normalfall Meint ja wahrscheinlich die Oh, Frames Vor mir, genau vor mir Tot Du bist tot Der ist mich tot Ach, tot Ja, der ist auch tot Okay Ach so, Gorgimo, bist du? Ich bin hier vorne, wo der tot ist Ah, okay, sehr schön Sehr schön Und das Ist er noch weiter? Nein Ich hab dich erschossen Ich hab dich erschossen Ja Oh nein Hä, wie das denn? Hab ein Screenshot gemacht Kann ich euch zeigen Ja, du glaubst ja schon Ich glaubst ja schon Ich seh es ja auch auf dem Tock Deck Aber Kann es nicht verstehen Alter, der geht hier vollgegeart rein Level 4 Also Undound Gear Äh, Guy Brauchst du den? Äh Nö, nö Kannst du alles liegen lassen Waffe wär cool Munition Böse schnisch Waffe Headset Helm Habe ich erstmal alles mit Super Deinen Rucksack Seidest du noch irgendwas in der Granate? Ist ja schön Kannst du dir gönn Gönn ich mir Gönn ich mir Ah, ich werd dich da Cool Hier hat die Ratte gehockt Alter Ja Und der ist dann umgekippt mit Kopfschuss Magnum Nachdem er einen von uns mitgenommen hat Hä? Warte Im Rucksack ist die Aha Ja, der hockte dort mit seiner M4 Warte, ich muss meinen schnell mal wegschmeißen Ah ne, der hat mit der AK geschossen, oder? Wieso? Hunde Geiles Ding Gurgi Danke Gönne er sich Merci Monsieur Wir müssen hoffen Oh, gepackte tolle Sachen, die das Questen lassen Oh, hier legt den Tod Oh, wie der Dalit Alter Ja Aufpassen, dass keiner in der MG sitzt Ah, der hat sich auch ein gutes Genick gebrochen, so wie der liegt Mhm Wir müssen erstmal Oh, hier Blut Oh, hier Das ganze Blut Ja Ich muss erstmal Energie schnappen wieder Ja, bin ich dabei Dank Benji habe ich 45 Kilo auf dem Rippen Wieso? Hast du dein Zeug mitgenommen, oder? Ja Waffe? Alles Rucksack, Helm Alles Okay Er genießt es förmlich auf dem Metall rumzutranten, wie ein Wahnsinniger Na aber Na klar Ich habe das schon gemerkt Es nahm gar kein Ender, ich dachte jetzt das war ein Sound-Bug Nö Da liegt einfach nur viel Metall, mein Freund Hingefall Ach, bin gefallen Boah, da hat er mich mal nicht so in den Nacken Das musst du grad sagen Und dann noch Looten Und du hast noch Mund-Bugs dazu Und da war bloß ein Crick-Entleiter dabei 60, 70 FPS Hör nochmal FPS 1 Bist du noch in den Busch hier oder was? Ah, jetzt habe ich 61, 66, 68 Ja Also es ist zwischen, wie gesagt zwischen 60 und 70 Ich würde Ja, bei mir ist zwischen, ja sag ich mal 65, 70 bis 90 Aha Krass Und ich habe eine 2080 Ti Aber ich weiß auch nicht welche Auflösung du spielst Ähm, 1044 P Ja Ja Oh, Koki, lass uns beten, dass die Tanksteller Old Gas offen ist Ja, das hier grün leuchtet jetzt, ne? Ne, ich sehe nichts Yippie! Ich sehe Ah, ist es? Ne, doch nicht vor dem Baum Vor dem Baum Vor dem Baum Ne, das war ein Baum, der da relativ grün war Mhm Relativ hell Ah, Mann Mein Fachmannschoptik hat es sofort erfasst Also es ist halt flüssig, du kannst halt wunderbar spielen mit schönen Settings und so weiter Aber ich muss sagen Hast du was gehört? Ne, du warst ja gerade im Busch Achso, weil ich dachte, du hast Ich dachte, du hast Ich dachte, du hast Bezeichnungen im Arsch, Focke Ne, oh Die 12 ist offen Juhu Lass uns bis vorne gehen und dann rennen Achso, ja Sonst hast du an der Ecke Keine Ausnahme Ne, ich finde das Game ist eigentlich ziemlich gut so, muss ich sagen Im Vergleich zu anderen Spielen Kann ich hier wenigstens streamen Ich kann Musik laufen lassen nebenbei Also ich finde das Spiel ist schon ziemlich gut entwickelt so Ich kann mich da echt nicht beklagen und wenn ich zum Beispiel bei COD Das frisst mir die Ressourcen weg An Showdown ist an Streamen und Facecam überhaupt nicht zu denken Warum? Weil das scheinbar so viele Ressourcen zieht, dass meine Maus gar nicht mehr hinterher kommt Echt? Ja, ja Also ich habe dann immer, da hängt immer die Maus, die land und die zieht so, die schliert so nach, weisst du so, du hast keine flüssige Bewegung drin Deswegen bin ich hier mit Tarkov extrem zufrieden und es ist halt ja immer noch eine Peter ab Das war doch nicht natürlich, du hast du 마음에, dass die Spiele ja immer noch eine impossibleeine Gange an der Ressourcen wie bei einer Ressourcen Vielen Dank.